Ben Becker, Sternchen 19. Dezember 1964 in Bremen, ist ein deutscher Schauspieler, Synchron- sowie Hörspielsprecher und Sänger. Seinen Durchbruch hatte er 1995 in Josef Wilsmeyers Romanverfilmung Schlafes Bruder. Er spielte bislang in über 80 Film- und Fernsehproduktionen und wirkte in etlichen Theaterinszenierungen. Privatleben Ben Becker stammt aus einer Künstlerfamilie. Er ist der Sohn von Monika Hansen und Rolf Becker, der Stiefsohn von Otto Sander, der Bruder von Merit Becker sowie der Neffe von Johnny Buchart. Seine Großmutter mütterlicherseits war die Komikerin Claire Schlichting, sein Großvater war Tänzer. Beckers Eltern trennten sich, als er zehn Jahre alt war. Er wuchs bei seiner Mutter und seinem Stiefvater in Hamburg, Stuttgart und Berlin auf. Im Herbst 2011 erschien Beckers Autobiografie Nah und Ich tanze. Becker hat mit seiner Ehefrau, die er nach 14 Jahren Beziehung 2012 heiratete, eine Tochter und lebt in Berlin. Karriereanfänge und Theater Becker wirkte bereits als Kind in Hörspielen mit und übernahm kleinere Filmrollen. Er betätigte sich nach Schulabschluss als Bühnenarbeiter bei der Berliner Schaubühne und erhielt von 1985 bis 1987 in Bremen Schauspielunterricht. Danach erhielt er sein erstes Engagement am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Anschließend ging er an das Staatstheater Stuttgart, wo er 1991 92. den Ferdinand in Schillers Kabale und Liebe verkörperte, dann an das Schauspielhaus Düsseldorf, während er 1993 94. in der Rolle des Tybalt in Shakespeare's Romeo und Julia am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg agierte. 1999 übernahm er die Hauptrolle in der Dramatisierung von Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. An den Hamburger Kammerspielen stellte Becker 2001 einen Kindsmörder in Niel Laboutes-Besch, Stücke der letzten Tage da, der alleine auf einem Stuhl sitzend über seine Tat erzählt. Regie führte in diesem Stück Peter Zadek. Spiegel Online nannte die Inszenierung damals, grausam gut. 2009 spielte und sprach Becker den Erzähler in der Arena-Theater-Produktion Ben Hur live im deutschsprachigen Raum. Von 2009 bis 2012 gab Becker bei den Salzburger Festspielen den Tod im Jedermann. Film und Fernsehen im Kino fiel Becker erstmals 1991 in dem Rotmovie Das serbische Mädchen auf. Er verkörperte darin den arroganten deutschen Freund der schwangeren serbischen Titelheldin. 1992 übernahm er die Rolle des in den Protagonisten verliebten Peter in Josef Wilsmeyers Film Schlafes Bruder, der 1995 seine Uraufführung fand. In der Filmbiografie Comedian Harmonists verkörperte er 1997 den Sänger Robert Biberti. 2005 spielte er in dem Kunst-Trash-Film Santos – Heldentaten, die keiner braucht, in welchem sein Freund und Kameramann Peppi Streich ihn dabei filmte, wie er in einem Resslerkostüm auf den Berliner Straßen und Kneipen skurrile Aktionen vollführte. 2007 war er in der Fernsehdokumentation Lothar Kampf mit dem Teufel als Reformator Martin Lothar zu sehen. Für Niki Steins Tragikomödie Der Tiger oder Was Frauen lieben, stand er 2008 in der Titelrolle des Zuhälters, Tiger, neben Herbert Knaub und Susanne Lothar vor der Kamera. 2013 war er Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen in der NDR-Artedokumentation Münchhausen und die Geschichte einer Lüge. In dem Fernsehfilm Emma nach Mitternacht der Wolf und die Sieben Geiseln übernahm er 2016 die Rolle des psychisch-labilen Geiselnehmers Wolf Marx. In dem ZDF-Dreiteiler Der gleiche Himmel spielte er 2017 an der Seite von Tom Schilling den Westberliner Führungsoffizier Ralf Müller, der mit der Stasi kooperiert. In Florian Henkel von Donners Marx Werk ohne Autor war er 2018 in der Rolle des Vorarbeiters zu sehen. Wiederholt spielte er mit seiner Familie auf der Bühne und vor der Kamera. 1994 war er neben seiner Mutter, seinem Stiefvater und seiner Schwester im Polizeiruf 110. Totes Gleis in der Rolle des Streckenwärters Job Stettmann zu sehen. Über den Sexbistols Bassisten Sid Vicious schrieb und inszenierte Ben Becker 1995 das Theaterstück Sid und Nancy, wobei seine Schwester Merit in der tragischen Liebesgeschichte die Rolle der manischen Nancy-Spungen übernahm. Die Theaterproduktion verlief extrem chaotisch, musste mehrfach unterbrochen werden und stand mehrfach auf der Kippe, bis sie endlich in der damaligen Szenekneipe Echsenpop aufgeführt werden konnte. Die Proben wurden vom Regisseur Uli M. Schüppel mit der Kamera begleitet, der aus dem Material den 1996 erschienenen Dokumentarfilm Sid und Nancy – Ex und Pop machte. 1999 spielte er in Rosa von Braunheims Der Einstein des Sex den schwulen Aktivisten Adolf Brandt neben seiner Mutter, seinem Stiefvater und seiner Schwester. 2013 war er an der Seite seiner Schwester in dem Märchenfilm Die kleine Meerjungfrau in der Rolle des Meerkönigs zu sehen. Musik Ben Becker ist wie seine Schwester Merit als Musiker aktiv. 1997 wurde die Platte und lautlos fliegt der Kopfweg veröffentlicht, 2001 folgte Wir Heben ab. Beide Alben nahm Becker mit der Zero Tolerance Band auf. Als Sänger ist Becker auch auf der CD Große Freiheit, Lieder und Geschichten aus St. Pauli aus dem Jahr 2005 zu hören. 2012 trat Becker in den Konzertinszenierungen eines langen Tages Reise in die Nacht und den See im Hamburger St. Pauli Theater auf und interpretierte verschiedene Lieder, die von ihm und seinem musikalischen Leiter, dem Komponisten Jojo Röhm, geschrieben wurden. Im Juni 2014 trat Becker als Ansager beim Comeback-Konzert der Deutschrockband Böse Onkels am Hockenheimring auf. Diese Ansage, bei der Becker dreieinhalb Minuten ins Mikrofon brüllte, wurde von der Presse als Blamage, oder zumindest als obskur, bewertet. Weitere künstlerische Tätigkeiten Becker eröffnete im Jahr 2000 gemeinsam mit Dimitri Hegemann die Schneipe, Trompete, am Lützoplatz in Berlin-Tiergarten. In den 2000er Jahren war Ben Becker Werbeträger für die Eichbaumbrauereien. In dem von März 2001 bis November 2015 erschienenen Rilke-Projekt des Komponisten- und Produzententeams Schönherz und Flair, das Werke des Lyrikers Rainer Maria Rilke vertont, wirkte an der Seite von Nina Hagen, Xavier Naidoo, Mario Adorf, Hannelore Elsner und der Opernsängerin Moserat Kabbalé mit. Für Oktober 2008 war eine Lesereihe angesetzt, in der Ben Becker aus der Bibel las, musikalisch begleitet von der Zero Tolerance Band und dem deutschen Filmorchester Babelsberg unter der Leitung des Dirigenten Peter Christian Feigl, nachdem das Programm ein Jahr zuvor im Berliner Tempodrom seine Premiere gefeiert hatte. Neben dem Rezitieren von alt- und neutestamentlichen Texten brachte Becker Lieder von Johnny Cash, Elvis Presley und Dolly Parton zu Gehör, aber auch klassische Werke wie von Gustav Mahler. Zu dieser Darbietung Die Bibel – Eine gesprochene Symphonie gibt es ein Doppel-CD-Hörbuch. Becker veröffentlichte zwischen 2009 und 2014 vier Kinderbücher, jeweils mit der Hauptfigur Bruno und von Annette Swoboda illustriert, Bruno, der Junge mit den grünen Haaren, Brunos Weihnachten, Geschichten von Bruno mit den grünen Haaren und Bruno auf großer Fahrt. Mit dem Komponisten Jojo Röhm tourte er 2014 mit seiner Literatur-Performance Der ewige Brunnen durch Deutschland, die eine von ihm getroffene Auswahl deutscher Dichtkunst beinhaltete. Kontroverse um die Hells Angels Becker sympathisiert nach eigener Aussage mit den Hells Angels. So sang er einen Hells Angels-Song und war Sprecher in einer Videobotschaft, die durch den Club veröffentlicht wurde. In seiner Biografie beschreibt er ihre «Unnahbarkeit und Gefahr», die für ihn eine «Schönheit» habe. Ihn interessiere nicht, was sie angeblich sonst so treiben. 2011 spielte er eine tragende Rolle in dem Hells Angels-Film 81 The Other World. Er führt mit seinen positiven Statements zu den Hells Angels quasi durch den Film. Auszeichnungen 1991 Adolf Grimme-Preis mit Silber für seine darstellerische Leistung in Landschaft mit Dornen 1995 Adolf Grimme-Preis mit Gold für seine Darstellung des Job Stettmann in der Folge Totesgleis der Krimi-Reihe Polizeiruf 110-1997 Berliner Bär 1998 Goldene Kamera für seine Darstellung des Robert Biberti in Comedian Harmonists 1998 Bayerischer Filmpreis Sonderpreis für Comedian Harmonists 2000 Publikumspreis Goldener Vorhang 2013 Ascania Award